Das war ja wieder klar. Und jetzt? Woa. Lass ihn! Er ist mir. Okay. Was hast du da? Molly? Molly! Was? Was denkst du, du machst? Er ist schon tot. Ich denke, du kannst wegziehen. Nicht erzählen mir, was zu tun! Du töten Geeks deinen Weg, ich töte ihn meinen! Verdammt. Er hat Medikamente. Einen typischen Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, gut. Er ist nicht verdammt neu! Okay. Das ist irgendwie ein komisches Verhalten jetzt von ihr. Tja, wie praktisch. Jetzt haben wir die auf den Plan gerufen. Und rein jetzt. Und rein jetzt. Der lebt immer noch. Hat ihn überall geschlagen, aber den Kopf hat sie nicht gestochen. Okay, die laufen weiter. Das ist gut. Wunderbar. Wir brauchen eine Batterie. Okay. 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 Eispickle. Kann das schaffen. Was haben wir hier? Okay. Okay. Der hat keine. Dann das Auto. Magst du das? Was war das von dort hinten? Er kam auf mich auf dem Rooftop. Er versucht mich zu holen, mich auszuhalten zu nehmen. Also habe ich mir Arbeit geführt. Was? Du hast ein Problem mit mir töten Geeks zu töten? Nein. Es ist einfach so, dass du ihn in die Stadt ein bisschen mehr als du brauchst. Hey, du wirst nicht wirklich wissen, wenn diese Sachen alle weg sind. Ich war nur sicher. Schau, du willst diese Batterie oder nicht? Zeit ist verletzt. Ich glaube, ich kann das, uh, Huck-Thinge aus? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengefasst. Hilda? Das ist das, was ich kenne. Schaue sie. Schaue sie nicht. Bitte, kann ich Hilda benutzen? Ich nehme gut an sie. Sie wird nicht ein Schrauch bekommen. Ich habe jetzt deine Besuchung. Nicht ein Schrauch. Ich habe es geschafft. S. Ich habe es geschafft. Oh, das ist wirklich nicht gut. Nein, Scheiße. Das war super. Ich habe es versucht, ihn auszuhalten. Hörst dich! Da ist die Batterie. Endlich geht etwas richtig. Ich habe jetzt noch in die Terminals. Ich habe noch in die Terminals. Ich habe noch in die Terminals. Ich habe noch in die Terminals. Was? Ach so. So, hier. So, ich verarschen jetzt. So. Jetzt. So, hier. Great. Now what? Skyline. Na also, geht doch. Sehr gut, Padre haben wir. Nicht schlecht. Na also, geht doch. Sehr gut. Da hätten wir die erste Challenge. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich gehe nochmal zur Krankenstation. Die standen da, glaube ich, vorher vor der Türe. Vielleicht brauchen die noch ein bisschen Hilfe. Sie haben bereits gefeiert. Sie sind nicht wertvoll. Das war das blutige Schließfach mit dem Namen Logan. Mal schauen, vielleicht brauchen wir das noch. Ihr braucht noch Hilfe? Danke, aber ich denke, wir sind fast in. Wir sind umgekehrt, Lee. Nichts Worte. Okay. Was muss ich dann jetzt machen? Ich gehe mal zu Clementine. Wenn ich nur nicht immer so lange laufen müsste, kann ich nicht irgendwie schneller gehen? Das geht irgendwie nicht. Wo war das nochmal? Irgendwo hier, oder? Hier. Na toll, das war jetzt. Da hätte ich gleich reingehen können. Jetzt muss ich wieder zurück zu Christa und Vernon. Sprechen wir mal kurz mit Clementine noch. Du bist okay, Clem? Ja. Diese Türe ist nur wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, es ist weirrt, aber ich vermisse es, es zu sein, in der Schule zu sein. Ich auch. Ich war damals ein Lehrer, weißt du? Ich erzähle dir was. Wenn wir uns selbst ein sicherer Ort finden, um ein kleines Klasson. Nur du und ich. Will there be homework? No homework. Haha. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Ich glaube nicht, Clem. Ich glaube, das beste, was wir können nachdenken, ist... ... dass wir eine Chance für mehr Leben sind. um zusammen zu bleiben und uns nicht ändern zu lassen. Das ist was wichtig ist. Ich glaube, du bist richtig. Zurück. Die Steuerung ist so komisch irgendwie. Geradeaus ist nicht geradeaus, sondern so leicht nach vorne gedrückt und dann nach rechts. Ganz komisch hier, in dem Level jetzt, in dem Abschnitt. Was soll das? Warum kann ich jetzt denen nicht helfen? Was machen die denn hier? Die stehen einfach nur rum. Das muss doch gehen. Das scheint mir jetzt ein bisschen buggy zu sein hier vor, ganz am Anfang schon mit der Cutscene. Ich versuche das jetzt nochmal. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Das ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Soll ich nochmal kurz neu laden vielleicht? Das hat er gespeichert vorhin. Kann ich das vielleicht? Weil eigentlich sollte das jetzt gehen, also... Was anders kann ich ja nicht machen. Vielleicht geht's ja jetzt. Ansonsten bin ich ein bisschen ratlos. Okay, jetzt müssen wir das nochmal machen hier. Wenn's danach geht, bin ich zufrieden. Okay. Come on. Later. Something I gotta do first. What? Catch you later. Wait, you've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! Dammit, what the hell is she doing? Das hat mir vorhin nicht. Okay, jetzt sollte es eigentlich gehen dann. Wie geht's trotzdem? Das war ja vorhin gar nicht, das war... Fuck! The doors won't close, I'll wake! Let me do something! We got it! Break the door with something! Break the door with something! Like that hold? Damn well better. There's so many of them! You got the fuel! Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Just a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn tongue. Die Cutscene hat mir vorhin gar nicht. Das war jetzt echt ein bisschen buggy hier. Zum Glück habe ich nochmal neu geladen. We're back! Yeah, and we made out pretty good too. Great work Kenny. How you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. Did you get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Das hoffe ich auch. What do we still need? We already got the fuel in the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? Yeah. But what has she done for me lately? Come chance of it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're to blame? I don't even want to think about what he might do. I know. I've thought about that. But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him by not telling him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real, real bad. Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Look, we need Kenny. We need him to hold this shit together before we get out of here. So you need to keep this to yourself. For the good of everyone. You hear me? I hear you. I'm going to get back to this. Hmm. Hmm. Dann soll er's ihm halt sagen. Das interessiert mich eigentlich nicht. Kenny wird wahrscheinlich total durchdrehen. Brie? Hey, Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem. We're all on the same team. How long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together. He kept us alive. I'll be back. Got some things to do. Good luck. So. Die Tür wird belagert jetzt. Ah, Molly's da. The alleyway to the auto shops down here. You coming or not. Hä, was? Das haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Shit. Thiefsts in Vernon must be trapped in there. No, he got the shot. Nice. Das und dieses Level ist ein bisschen verbuggt. Jetzt stand da plötzlich Molly und die sollte aber gar nicht mehr hier sein, glaube ich. Sehr komisch. Ja, das ist unsere andere Problem. Mal schauen. Es sieht aus, dass sie alle die Medikationen in dieser Schraub locken in der Schraub. Natürlich. Es gibt keine Weise, dass wir ihn öffnen können? Vielleicht mit genug Zeit. Aber ich weiß nicht, wie viel von das wir haben. Es wäre viel schneller, wenn wir nur die 4-Digit kombinationen kennen. Ich glaube, dass sie es einfach geschrieben haben und es hier verlassen hat, um uns zu finden. Wir sollten nur versuchen, es öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Okay, du beginnst. Ich schaue nachher und sehe, ob ich etwas sinnvolles finden kann. Ich muss Zeit nehmen, um später zu resten. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Was war da? Krankenakte? Anna Correa. Ja. Ich glaube, sie muss hier eine Patientin gewesen sein. Und was ist das? Eine Videokassette? Die Telefonen haben wahrscheinlich nicht in Monaten gearbeitet. Hier ist eine Kamera, okay. Was ist das auf dem Boden? Es ist ein Sonogramm. Aufschießen? Nee. Klappt nicht. Ich versuche mal das, ähm... Hier noch. Ich versuche mal das kleine Videotape hier abzuspielen. Vernon, Krista. Komm, schau an das. Das ist Tag 82 seit der Ausbruch. 1547. Dr. Logan in Konsultation mit Patient Anna Correa. Logan. Das dachte ihm sein Spind da draußen. Regulations. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Nicht yours. Wenn Obersen herausfinden, dass ich eine Beziehung habe, dass ich eine Beziehung habe, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedative geben. Das wird die Prozedur einfacher auf dich. Ich will nicht die Prozedur. Ich will mein Baby. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht später zurückkommst. Oder ich habe keine Wahl, als zu informieren, Obersen und mich selbst. Entschuldigung. Okay. Verdammt. Wir haben fast es. Was war das? Wie Molly sagte. Das Schlimmste. Lee, vielleicht gibt es noch eine Tape. Wir müssen immer schauen. Ich denke, dass ich diesen Doktor erinnere. Er war einer der Walkers in der Alley bei der Autoshof. Vielleicht sollte man ihn suchen. Mal sehen, was er an ihm hat. Was ist das? Eine Kopiemaschine. Nicht, dass es wichtig ist. Hier hat keine Kraft. Was ist das? Okay, ich dachte, vielleicht wäre noch was drin oder so. Okay, nochmal raus Richtung Autowerkstatt. Der war ja noch nicht ganz tot. Glaube ich zumindest. Vielleicht hat er irgendwie eine Kombination von seinem Spind oder irgendwas. Weil ich glaube, dann war das da sein Spind hier. Kann ja kein Zufall sein, dass das auch auf den Namen Logan lautet. Ich hoffe, die Gasse ist nicht voll mit Walkern. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, die Gasse ist nicht voll mit Walkern. Moin. Noch mal dasselbe. Wo kommt denn der her jetzt? Tja, zu viel Fernsehen ist tödlich So, wo ist der? Er ist weg Ah nein, er ist noch da Er ist am wegkriechen Was hast du dabei? Noch ein zweites Tape Sehr gut Das ist der Spindkombination Und weg wieder Sehr gut Also wir haben jetzt die Spindkombination und ein weiteres Video